Heute zeige ich euch einen der besten Mangas, die ich je gelesen habe. Die Story, die Charaktere, der Aufbau, alles perfekt, aber seht selbst nach einem kurzen Intro. Und ich hoffe, ich kriege das Review fertig, bevor mein Eis schmilzt, das wäre nämlich echt sad. Bis gleich. Am Ende des 20. Jahrhunderts steht die Menschheit vor dem Abgrund, doch nur eine Handvoll Menschen sieht die Vorzeichen der nahen Katastrophe rechtzeitig. Diese Personen verbindet ihre gemeinsame Kindheit, in der sie zusammen hielten wie Pech und Schwefel und zum Zeichen ihre Freundschaft sogar ein Symbol kreierten. Und als Kenji, einer der Freunde von damals, der heute Betreiber eines Convenience Stores ist, fast 30 Jahre später auf eben genau jenes Symbol aus längst vergangenen Tagen in äußerst mysteriösen Zusammenhang stößt, ahnt er noch nicht, dass er der ultimativen Bedrohung auf die Spur gekommen ist. Dies ist die grobe Story des Mangas 20th Century Boys. Es ist schwer über den Manga zu reden, ohne mehr von der Story zu spoilern, aber selbst wenn ich dies tun würde, würdet ihr vermutlich nur einen Bruchteil der Story mitkriegen, die es tatsächlich im Manga zu entdecken gibt. Fangen wir aber mal von vorne an. Ein paar Kids hatten in der Vergangenheit eine kleine Gruppierung gebildet. Sie haben sich ein Fort gebaut, um sich vor den bösen Zwillingen zu verstecken. Diese Kids hatten eine riesen Fantasie und haben sich überlegt, wie könnte die Ehewelt denn eigentlich enden? Was würde denn passieren, wenn die Welt endet? Daraufhin haben sie beschlossen, ihre wichtigsten Gegenstände in eine Zeitkapsel zu stecken und sie wollen sie erst dann wieder ausgraben, wenn die Welt vor der Zerstörung steht. Die Jahre vergingen, die Kids von damals wurden erwachsen und lebten alle ein typisches normales Leben. Doch eines Tages hörte Kenji davon, dass einer seiner Freunde wohl Suizid begangen haben soll. Er konnte es nicht glauben, er konnte ihn nicht so einschätzen. Und als er die ganze Sache gesehen hat, war ihm klar, irgendwas steckt dahinter. Denn sein nun toter Freund hatte ein paar Hinweise dargelassen. Zur selben Zeit macht er eine Sekte auf sich aufmerksam. Jene Sekte wird von einer Figur geleitet, die sich Friend nennt. Im laufende Story bemerken Kenji und seine Freunde, die sich mittlerweile zusammengetan haben, dass hinter der Sekte mehr steckt, als es den Anschein hat. Denn komischweise die Vorfälle die passieren, sind genau die Vorfälle, die sie sich als Kinder ausgedacht haben. Und selbst das Symbol der Sekte ist ein Symbol, was sie sich als Kids ausgemalt haben. Und schnell wird ihnen klar, der Schlüssel um diese Sekte zu besiegen, den können nur sie in ihrer Vergangenheit haben. Die Story hört sich erstmal nach einer 0815 Story an. Doch Urasawa Naoki der Mangaka schafft es das ganze so spannend zu gestalten, dass man nicht aufhören möchte zu lesen. Ist eine Frage gelöst, kommen 10 neue Fragen dazu und was das ganze stilistisch sehr schön macht sind die Zeitsprünge zwischen der Kindheitszeit und der heutigen Zeit. Zeitsprünge im Mangas sind ja immer so ne Sache und können sehr schnell die Story zerstören. Aber nicht bei 20 Sensory Boys. Der Mangaka hat es geschafft die Zeitsprünge nie in einem ungünstigen Moment zu platzieren. Nein im Gegenteil. Durch diese Zeitsprünge werden einfach Sachen aus der heutigen Zeit sehr sehr gut erklärt. Auch die Charaktere sind einzigartig. Es gibt so eine Bandbreite von Hauptcharakteren und so unzählig viele Nebencharaktere, die aber niemals überflüssig erscheinen. Jeder von diesen Charakteren hat seine Daseinsberechtigung. Und wenn es ein Nebencharakter ist, ist es nicht nur einfach ein One-Hit-Wonder, nein die tauchen auch öfters storyrelevant wieder auf. Was auch schön ist, ist die Tatsache mit diesen Zeitsprüngen. Denn wir können endlich erleben wie die Charaktere im Grunde früher waren und wie sie heute sind. Wir sehen sie von Kindern hin zu Erwachsenen und wie sich so ein Leben eben manchmal verändern kann und dementsprechend auch die Personen. Aber sie müssen sich wieder zusammenrotten um das Böse zu besiegen. Weiterhin hat es der Mangaka geschafft, dass sich die Charaktere zu jedem Zeitpunkt logisch verhalten. Es ist nicht so, dass man irgendwann in diesem Modus, Alter bist du dumm, das macht man doch nicht, war doch klar, dass das dann passiert reinkommt. Und das ist wirklich eine Sache, die nicht sehr viele Mangas schaffen, vor allem nicht Mangas in so einer realistischen Ebene, auf so einem realistischen Szenario. Das machen leider sehr sehr viele Mangas sowas von falsch. Und leider auch viele Realfilme, wie sich jetzt nun bei der letzten Game of Thrones Folge ähm, Folge 3 der achten Staffel bewiesen hat. Wie kann man denn nur so dumm sein, was die da gemacht haben, was war denn das für eine Taktik? Einfach mal die Dothraki los schicken, deren größte kriegerische Einheit? Kommen wir nun zum einzigen, was man bei 20th Century Boys bemängeln könnte und das ist der Zeichenstil. Ich weiß, viele können mit diesem Zeichenstil nicht viel anfangen. Es sind keine großen Special Effekte, Explosionen und was weiß ich was. Es ist ein recht einfacher, recht altertümlicher Stil. Aber ich finde persönlich, und das ist jetzt mein persönlicher Geschmack, kann jeder von euch sehen, wie er möchte, es passt einfach in dieses Szenario rein. Es ist scheißegal. Gerade diese feine Linienführung, diese etwas abgehackten Striche, es passt in so eine Story einfach perfekt mit rein. Es gibt uns einfach so einen düsteren Eindruck und die Story ist halt nun mal nicht, yeah, ich brauche mehr Power-ups, um meine Gegner zu besiegen. Also für mich hat es wirklich keinen negativen Einfluss hinterlassen, aber ich kann es verstehen, wenn viele sagen, ja, aber es gibt so viele Mangas, die so viel besser aussehen, auch zur damaligen Zeit, wo der Manga rausgekommen ist. Aber ich fand es einfach nur geil, wie alles an dem Manga. Alles in allem ist 20th Century Boys einer meiner Manga-Highlights of all time. Ich weiß nicht, ob es der beste Manga ist, aber er ist auf jeden Fall einer der besten Mangas, die ich in meinem Leben jemals gelesen habe und jeder, der nicht kennt und wenigstens ein bisschen auf so realistische Manga steht, wo jetzt nicht eben irgendwelche Explosionen und KI-Attacken und sowas vorkommen müssen, sollte sich 20th Century Boys wirklich mal reinziehen. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen, das verspreche ich euch. Aber für diejenigen unter euch, die 20th Century Boys denn schon gelesen haben, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie euch der Manga gefallen hat, damit sich mehr Leute einfach verschiedene Meinungen holen können. Denn auch meine Reviews sind immer auch mit einem gewissen persönlichen Geschmack behaftet. Denn komplett stummsinnig und einfach nur neutral kann man da nicht sein bei einem Manga. Und jeder Reviewer, der da irgendwas anderes behauptet, Schwachsinn. Jeder mag irgendwelche anderen Sachen, jeder mag andere Arten von Storytelling, jeder mag andere Arten von Zeichnungen und jeder mag andere Arten von Mangas einfach. Klaro, Grafikstil und solche Sachen kann man alles letzten Endes auch neutral bewerten auf einer Ebene, aber am Ende ist das Persönliche immer mit dabei. Naja, wenn euch dieses kleine Review gefallen hat, würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn ihr es mir mit einem Daumen nach oben zeigt. Weil ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und neu da seid, drückt doch einmal auf den Abonnieren Button, kostet nichts ES4 Free. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.